Hallo miteinander, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Markus Langts. Und ja, was soll ich sagen? Ehrlich gesagt wollte ich mich diesmal um ein anderes Thema kümmern, das mich aufregt. Also mich über ein anderes Thema aufregen wie das letzte. Allerdings hat das letzte Video über Eskimo Callboy, den NDR und den deutschen Vorentscheids im Europäischen Saisonkind so viele tolle Reaktionen bekommen, dass ich mich doch irgendwie nochmal über das Thema unterhalten will. Wisst ihr, das Ganze ist jetzt eine Woche her, beziehungsweise ich glaube die Bekrankung bei der Teilnehmer ist jetzt 10 Tage her. Und es ist einiges passiert und über das will ich reden, weil es genügend aufregefähiges, aufregefähiges, also genügend dabei, worüber man sich aufregen kann. Also, starten wir rein. Und ich habe das Video jetzt grundsätzlich in zwei verschiedene Teile geteilt. Also sprich, im ersten Teil, den ihr jetzt seht, rede ich nur nochmal über das Thema Eskimo Callboy, NDR, deutscher Vorentscheid und auch über die anderen Vorentscheide in den anderen Ländern. Und was die besser machen als wir und über meine These, warum ich glaube oder was ich glaube, warum wir da keinen Blumentopf gewinnen. Und dann über ein anderes Thema in einem anderen Video, das ich ehrlich gesagt favorisiert hätte. Allerdings hat mich, wie gesagt, diese ganzen tollen Reaktionen so imponiert, dass ich gesagt habe, nein, reden wir nochmal über das Thema. Und nochmal vielen Dank an alle, die kommentiert haben, die geliked haben, die draufgeklickt haben. Es freut mich und ganz Cherry Bombs und Liebesbriefe, denn wir sind ein ganz kleines Podcast-Kollektiv. Unglaublich. Vielen Dank, vielen Dank. Und ich habe natürlich dieses Mal die Musik im Hintergrund weggemacht. Also, gehen wir rein. Am 11.02. wurden ja die sechs Kandidaten für den deutschen Vorentscheid Germany 12 Points veröffentlicht. Und ja, der Shitstorm war groß, denn wie einige Realisten oder Pessimisten, aber hauptsächlich Realisten, schon ahnen konnten, waren Eskimo Korber nicht dabei. Kurz darauf, ich glaube sogar am selben Tag, gab es dann natürlich die Petition, die inzwischen schon über 100.000 Leute unterschrieben haben. Es wurde sehr viel darüber berichtet und international gab das ganze Thema wirklich ein ganz großes Medienecho. Also international wurde da, was ich jetzt rausgehört, wirklich ziemlich heftig darüber berichtet. Also, viele Fans regten sich auf, viele Leute haben die Petition unterstützt und viele Menschen, auch Leute wie die letztjährigen finnischen ESC-Teilnehmer, Blind Channel, haben darauf reagiert und ihre Unterstützung Eskimo Callboy zugesagt. Und wie ich in meinem letzten Video schon erwähnt habe, war mir relativ klar, dass das alles nichts bringen wird. Denn, ja, der Norddeutsche Rundfunk ist der Norddeutsche Rundfunk, die Öffentlich-Rechtlichen sind die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, und wie es dann auch schon im Watchmen heißt, who watches the Watchmen? Also, wer bestimmt denn, dass sie sich dran halten müssen? Ja, und genau, es ist passiert. Ein paar Tage später und wahrscheinlich auch aufgrund des fehlenden Medienechos und manche würden vielleicht auch sagen, aufgrund der Tatsache, dass viel zu wenige bei der Petition unterschrieben haben, sagte man der Petition ab. Also, man entschied sich offen zu sagen, hey, nein, wir werden Eskimo Callboy nicht in eine Wallcard hineinschicken. Wenn das wäre, dann unfair gegenüber den anderen sechs Teilnehmern, über die ich heute wirklich dann auch nur mal reden werde. Und dann, als das Ganze noch ein bisschen größer wurde, äußerte sich der Norddeutsche Rundfunk bzw. die deutsche ESC-Jury noch einmal. Und man kam dann zu dem Entschluss, ja, wir würden uns mit den Leuten, mit den Kritikern zusammensetzen, um als nächstes Mal besser zu machen. Was grundsätzlich nichts anderes ist wie ein Schlag ins Gesicht, von dem du jetzt schon weißt, da kommt nichts dabei raus. Ja, jetzt haben wir den 21.02., wenn ich das gerade aufnehme und, äh, ja, es hat sich nichts getan. Eskimo Callboy haben ein super geiles Video gemacht, wo sie sich davon, ähm, wo sie offen und ehrlich gesagt haben, oder es auch ein bisschen gespielt haben, ja, wir sind nicht mit dabei, aber es ist, wie es ist. Und das Ganze ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Und ich frage mich immer noch, ob das, was hier, ähm, vorgelesen wird, in dem Video wirklich die offizielle Aussage ist. Auf jeden Fall ist das alles doch für den kleinen, aber feinen Eurovision Song Contest Fan ein Schlag ins Gesicht. Ich meine, seitdem wir wirklich viele Vorentscheide, ähm, insgesamt jetzt schon drei Heats von, ähm, Melodiefestivalen, dem großen Vorentscheid in Schweden. Sanremo hat, ähm, äh, Mahmoud und, äh, Bianco gewählt, die jetzt in den Orts auf Platz 1 sind. Wir sind in den Orts kurz darauf von Platz 10, was wirklich ein guter Platz ist, auf Platz 20 gefallen. Also Platz 10, als noch nicht klar war, wer in den Vorentscheid kommt, als viele noch meinten, ey, es könnte Eskimo Callboy werden, auf Platz 20. Und wenn du auf Platz 20 in den Orts bist, die Orts irren sich nicht. Also, ich hab's wirklich jetzt nochmal nachgeprüft, auch bei Salvador Sobral, das Sieg 2017, was für viele eine Überraschung war, war in den Orts auf Platz 2, hinter Bulgarien. Also, die Orts sind immer relativ safe. Also, es ist doch schon immer relativ klar, wenn die Orts dich auf, unter den Top 5 sehen, hast du auch eine legitime Chance, wirklich zu gewinnen. Und in den seltensten Fällen stürzt sie dann noch ab. Ich weiß nicht, ähm, möglich, dass Malta letztes Jahr ein bisschen weiter vorne in den Orts war, aber letztes Jahr war es wirklich so, dass ganz vorne Barbara Pravi und Manneskin waren. Und Manneskin wurden's dann. Und Barbara Pravi Zweite. Also, ja. Die Orts sind da schon immer ziemlich, ziemlich gut. Ja. Und du gewinnst das Ding nicht, wenn du auf Platz 20 bist. Auch wenn hier Malik Harris oder Felicia Lu, heißt die so? Ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Wenn die hinfahren. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, Eskimo Korb haben sich dazu geäußert, ähm, und das Medienechon war, wie gesagt, gering. Ja. Wahrscheinlich lag's auch daran, dass viel zu wenige Zeitschriften darüber berichtet haben. Auch im Nachhinein waren die einzigen, die, die einzigen größeren Zeitungen, die ich jetzt gefunden habe, die über das Thema Petition, Eskimo Korb, bringt sie zum Vorentscheid mit einer Wirekarte berichtet haben, die Ruhrnachrichten. Ja. Und wie gesagt, die sind hauptsächlich eher dafür bekannt, dass sie einen guten Draht zu Borussia Dortmund haben. So. Ja. Auch in den kompletten Vorentscheid wurde auch, wie gesagt, nicht berichtet. Entweder ist es wirklich so, dass hier die Medien zusammenarbeiten, ich weiß es nicht, oder dass das Thema wirklich keinen mehr interessiert hat. Ich muss aber auch sagen, ich hab jetzt auch die letzten Tage nicht mehr nachgelesen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber mir geht, seitdem die sechs Leute aus dem Germany 12 Points Vorentscheid feststehen, wirklich so, dass ich mir denke, ja, okay, egal wie es wird, es wird am Ende vielleicht besser werden wie letztes Jahr mit Jendrik. Also, grundlegend, aber ich sehe halt irgendwo einen Platz zwischen Platz 15 und Platz 20 und, ja, sie werden sich halt dann hinstellen und sagen, es lief doch besser, was habt ihr denn? Aber mir geht es wirklich so, bei jedem Vorentscheid, den ich sehe, bei jedem Kandidaten, der feststeht, denke ich mir halt, Alter, wir werden sowas von versagen. Es wird sowas von nicht geil werden. Es sei denn, die Juries fahren voll auf einen der Songs ab. Das ist natürlich möglich, aber ich sehe nicht, ich sehe es nicht, dass wir in irgendeiner Weise hier mit einem dieser Songs einen Blumentopf gewinnen. Und sogar Spanien, und darüber habe ich letztes Mal schon geredet, Spanien, die haben einen richtigen Song hingeschickt, die haben sich wirklich mal nicht lumpen lassen, haben einen guten Vorentscheid gemacht, haben einen sehr schönen, modernen Song hingeschickt. Und das Ding hat halt irgendwie Potenzial, in die Top 15 zu kommen. So, und Spanien hat es wirklich die letzten Jahre nichts gerissen und hat einen der schlechtesten Eurovision-Beiträge aller Zeiten. Ja, also, es war auch der einzige Voice-Crack, den ich jemals bei einem ESC gehört habe. Ich weiß aber nicht mehr, welches Jahr, was, 2013, ich weiß es nicht mehr. Ja, was sagt uns das jetzt? Was war so die ganze Idee dahinter? Und dann kam was, am 18.02., das war interessant. Ja, nicht nur, dass es über ESC Kompakt auch Interviews mit den Leuten gab, die die Petition gemacht haben. Nein, es gab auch ein Interview mit, wenn ich den Namen richtig, wenn ich den Namen richtig weiß, Gregor Friedl, dem Chef von SWR 3. 53 Jahre, und dieser liebe Dude, der, wie soll ich das sagen, mal ein bisschen hat hinterblicken lassen. Hinter das ganze Thema, denn er war einer von den sieben Leuten aus der Radio-Jury, die die Leute ausgewählt haben. Ja, und da hat es mir dann gelangt. So, denn am 18.02. hieß es, die Radio-Jury in Person von Gregor Friedl nehmen Stellung zum Thema der Auswahl und der Absage an Eskimo Callboy. So, und da war einiges dabei, das mich wirklich stutzig gemacht hat. Denn dieser Typ wirkt ziemlich nett, aber es ist doch genau das, was man von den Öffentlich-Rechtlichen erwartet. Und was war zu erwarten? Ja gut, was ich gemeint habe, was passieren würde, war, sie gehen hin, sagen einfach nur ab, sagen dazu gar nichts. Und wenn es zu irgendwelchen Gesprächen darüber kommt, sagen sie halt einfach alle immer dasselbe. Und genau das ist passiert. Also ich meine, es gab ja nie eine richtige Stellungnahme. Und jetzt, wo es eine ähnliche Stellungnahme gibt, ja, da lobt halt Gregor Friedl einfach, ja, wie jeder Sender autonom hat, einfach entschieden hat, welcher Song da irgendwie hinkommt. Und wie man sich mit den Radiopartnern verständigt hat, ja, und die Songs sind ja jetzt so gut eingestiegen in die Airplay-Charts zwischen Platz 1 und Platz 104. Und, ja, das ist halt auch nichts, ne? Ähm, er lobte auch und feierte, kurz zu sagen, dieses, dieses, dieses Radio-Jury-Airplay-Konzept. Ähm, das Verfahren kommt bei Labels-Management-Künstleragenturen und deren Künstler gut an. Er ergänzt, der SC wird in Künstlerkreisen nicht überall so wahrgenommen, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Ja. Woran liegt's? Also, in anderen Ländern gibt's Leute, die haben Bock drauf, zum ESC zu fahren. So, und wenn man sich allein schon Melodie-Festival ansieht, oder, mein Lieblingsbeispiel, ähm, der Melodie Grand Prix, also sprich, der Vorentscheid in Norwegen. Da wird wieder klar, die haben junge Künstler, die wir auch haben, die haben einen Radiosender, der ist unterstützt, dass wir, äh, einen Fernsehsender, der ist unterstützt, was wir nicht haben. Und da kommen halt einfach alle rein. Und da, da sind auch Leute dabei, die, ähm, ja, wo ich sag, ja, denen war klar, dass die da keine Chance haben. Aber da sind halt die guten Teilnehmer im Finale gesetzt. Und die Teilnehmer, von denen man sich nicht sicher ist, mei, die lassen, die, die, die wird halt über, über ein, ein Internet-Voting abgestimmt, wer noch ins Finale kommt. So, und dann am Ende standen sich, ähm, North Kid und Sub-Wolver gegenüber. Und, ja, ich sag's frei raus, das war für mich genauso das Thema, was hier viele Leute einfach gesagt haben, ein Beitrag, der vielleicht nicht jedem gefällt, aber mit dem sich jeder arrangieren kann. Denn ich persönlich wäre im Finale in Norwegen ganz klar für North Kid gewesen. Eine super tolle Männerballade, über die ich immer stolz wäre, wenn sie in Deutschland waren, in einem Vorentscheid wäre, wenn sie für Deutschland fahren würde. Ja, und Sub-Wolver, was ein super tolles Gesamtkonzept ist und womit ich mich anfreunden kann. So, auch wenn es eher ein Scherzbeitrag ist, aber es ist auch irgendwie wieder ein legiter Beitrag. Es ist ein Ding dahinter, so. Und dann ging es natürlich los. Also, auf die Frage, was er denn zu dem Vorwurf der Musikausfall im deutschen Finale, äh, sage und dass es nicht vielfältig genug war, dass es nicht vielfältig genug war, sagt er, man kann nichts sagen, wir haben Recht und die anderen haben nicht Recht. Ich kann euch mal erklären, was bei uns so die Beweggründe waren, worüber wir gesprochen haben. Wir haben gesagt, wir möchten ganz gerne eine Abwechslung haben, wir möchten relativ divers haben, wir möchten eine Abwechslung haben zwischen Männern und Frauen, wir möchten Bands haben, wir möchten Deutsch haben, wir möchten Englisch haben, wir möchten Sänger haben, wir möchten in dem Fall auch Leute dabei haben, die Migrationshintergrund haben. So, und das ist also überhaupt nicht das, was ich mir unter einem, unter einem Vorentscheid vorstelle, weil das hört sich halt eher so an wie, als möchte man halt einfach versuchen, Multikulti zu sein und zu sagen, dass wir ein cooler, multikulter, jugendlicher Sender sind oder cool Multikulti mäßig. Ich meine nichts dagegen, aber sollte nicht auch, wenn ich im letzten Video gesagt habe, dass es nicht immer auf den besten Song ankommt, der gewinnt, sondern auch aufs Händeschütteln und auf die Politik und auf Interviews geben und auch auf die Person, sollte da nicht auch der Song eine wichtige Rolle spielen? So, und dann sagt er noch, ein anderer Teil war natürlich auch, das ist ja auch die Kritik, die von den Eskimo Cowboy-Fans kommt, dass wir auf Radiotauglichkeit geschaut haben. Klar ist das, das ist eine Radioschüre. So, und dann kommen wir zum, zum essentiellen Punkt. Der Eurovision Song Contest ist nicht unbedingt ein Wettbewerb, wo radiotaugliche Songs gewinnen. So, gut, in den letzten Jahren waren schon Sachen dabei, wie Duncan Lawrence, wo man sagt, hey, das wird im Radio gespielt, das kann ich mir im Radio absolut vorstellen. Manneskin wird bestimmt auch bei Rockantellen rauf und runter laufen, aber wenn wir sagen, was bedeutet denn radiotauglich? Bedeutet der radiotauglich der Mainstream? Ja, dann frage mich, wo waren denn die Rapper zum Beispiel? Denn Mainstream und Radiotauglichkeit, ähm, früher hieß es immer, die Deutschen hätten keinen Musikgeschmack, aber ich glaube jetzt, inzwischen, sind wir von der ganzen Sache so weit entfernt, wie jemals zuvor. Also, ich meine, die Deutschen haben Musikgeschmack. In einem Land, in dem seit ein paar Jahren wirklich Rapper und Hip-Hopper rasieren und Leute wie Capital Bra, Bad Moms J und Katja Grasewitz wirklich, ähm, absolut abreißen und absolut geilen Scheiß machen. Und sogar Sachen machen, wo ich sage, ey, das finde sogar ich zum Teil geile, wo ich jetzt nicht der größte Rap-Fan bin. Wo diese Leute ganz groß in den Charts sind, wo Schlager so modern ist wie noch nie zuvor, wo eine Marie Reim, ähm, zum neuen Schlager-Queen avanciert, die angeblich übrigens auch im Vorentscheid war, aber Schlager ja nicht mal in irgendeiner Weise im Vorentscheid bedacht wurde. Wahrscheinlich, weil man sich dachte, muss sie jung und hip sein und nicht jung und Schlager. Und wo eine, ja, eine Vanessa Mai so fernab von der Schlager-Sängerin ist wie noch nie zuvor. Ich meine, die Frau macht jetzt, ähm, Songs mit Rappern. Also, let's be honest, Deutschland hat guten Musikgeschmack, Deutschland hat gute junge Künstler. In anderen Ländern wie Norwegen und Schweden und Spanien und sonst wo wird das auch gezeigt. Aber hier will man jetzt scheinbar irgendwie nichts davon wissen und möchte hauptsächlich das Kandidatenfeld so vielfältig und, wie war das Wort, so abwechslungsreich wie möglich haben. Da frage ich mich halt, was war so die Idee hinter der Auswahl von Jendrik letztes Jahr und den sechs Kandidaten jetzt? Hat man sich da gesagt, hey, schauen wir erstmal, dass der Mensch passt und den Songs, den fickern wir dann schon aus. Also, ja, die schicken wir dann ins Songwriting-Camp und dann passt es schon. Oder was ist die Idee dahinter gewesen? Was ist die Idee dahinter? So. Denn, sagen wir es wie es ist, bei dem Vorentscheid, zu viele Köche verderben den Brei. Man hat es damals gesehen, Deutschland hatte, ähm, diese selbe Situation vor ein paar Jahren schon mit Sisters, als die im Vorentscheid waren. Ich glaube, es war 2016, kann das sein? Oder 2015? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, da war auch Ellie Ryan mit Where You're Love im Vorentscheid mit dabei. Der absolute, vorher rein schon klare Siegersong für alle. International sogar zum Teil darüber berichtet, was Deutschland hier für einen geilen Song hat. Sogar in den Odds etwas angestiegen. Wegen diesem Thema. Wegen diesem Song. Und, ja, man hatte eine Expertenjury, man hatte eine, ähm, man hatte ein Eurovision Panel und man hatte die Leute, die angerufen haben. Und am Ende hat man sich für Sisters entschieden. Ja, die Jury hat es damals, ähm, Sisters gegönnt und nicht Where You're Love. Wahrscheinlich war es nicht radio-tauglich genug. Es ist schon witzig, ne? Ähm, ja. Was es halt dazu führt, ist, dass diese Leute ja dann zurück in die USA gehen, wo, wo Ellie Ryan zum Beispiel her war. Und da hat ihre Musik weitermachen. So. Oder halt eben es einfach nicht mehr versuchen. Was soll denn das für ein Bild auf junge Musiker werfen? Junge Musiker, ähm, von denen ich sogar einige kenne, die, ähm, beim Vorentscheid mit dabei waren. Jetzt, glaube ich, nicht unbedingt beim finalen Vorentscheid. Aber die sind ja auch mitbeworben, mal unter diesen 900 Leuten. Hä? Grüße gehen raus an Markus Maywald. Ähm. Es wird ja ganz klar, dass hier, man, man einfach nur unterschiedlichste, ähm, abwechslungsreichste Menschen oder Personen haben wollte. So. Und man wollte dann am Ende auch irgendwas mit Rap machen. Und darum hat man Team Liebe mit hineingenommen. So. Was absolut unterirdisch ist. Und wo ich mich dann frage, ja, wo sind denn die, die richtigen Rapper? Wo sind denn die, die Rapper, die über Drogen singen, die über Räusche singen, die auch drüber singen, die einfach auch hin und wieder mal scheiße geht. Wo sind denn die Caspers da drin, hä? Sie sind nicht bedacht worden, weil es nicht radiotauglich genug war. So. Und ich gebe dir auch ein schönes Beispiel. Ähm. Das fand ich so ganz toll. Er meinte so, ähm, also ich, äh, also ich kann nicht mal ein Beispiel sagen. Mein persönlicher Geschmack sagt, ähm, ähm, Gregor Friedl. Ich höre Bands wie Jocky Murphy's oder Agnostic Front. Das sind Bands, die gehen so in die Richtung dessen, was Daniel vermutlich hört. Also, Eskimo Callboy, blick, sagt. Das spiele ich aber nicht im Radio, weil ich weiß, dass das für, äh, für mich eine persönliche Vorliebe ist. Aber Musik ist, die in der breiten Masse in der Form nicht wahrgenommen wird und nicht geschätzt wird und auch mal nicht geliebt wird. Ha. Das bedeutet, ich trenne mein Berufsleben stellenweise von meinem Privatleben, was mein Geschmack betrifft. Und das ist eine Geschichte, die wir wahrscheinlich auch gemacht haben bei dieser Ausbau der Songs. So. Und dann wird halt nochmal so drauf eingegangen, so, ja, Alexander Wolschlachs hat ja gesagt, ja, ist halt sehr weit gekommen, aber versucht es doch nächstes Jahr wieder. Ha. Und scheinbar war so die zweite Idee hinter, hinter Pump It, We Got The Moves. So, dieser zweite Song, mit dem sie sich beworben haben. Und da meinte man so, ja, ähm, ja, die Frage ist, ja, kann der Song, ähm, ja, kann der Song denn auch wirklich bestehen? Und auch die Frage, wir müssen auch bedenken, dass hier, ähm, so eine, ein Band oder ein Sänger auch diese 10 Tage in Turin durchhalten muss. So, aber wenn ich doch jung bin und Bock drauf hab, ja, dann ziehe ich das durch. Es ist doch für mich keine Bürne, kein Gefängnisaufenthalt. So. Und da ist jetzt halt wieder die Sache, ähm, es wurden hier wirklich ganz, ganz absolute Standardflossen genannt, um den Fragen aus dem Weg zu gehen. Ja, wenn ich wüsste, was radio-tauglich ist, dann würde ich eine Villa in Los Angeles haben. Äh, letztes Jahr haben wir anders gewonnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Jahr wieder ein Rocktitel gewinnt? Ja, es geht halt nicht ums Gewinnen. Es geht halt einfach nur darum, mal ein gutes Ergebnis einzufahren und darauf vielleicht aufzubauen, mal wirklich was zu sammeln. So, und da stelle ich mir halt die Frage, wie ich es letztes Mal gesagt hab, sind diese Leute, die das auswählen, einfach nicht fähig, das hinzukriegen? Wollen wir nicht gewinnen? Ja, oder ist halt einfach der Ansatz falsch? Und ich glaube jetzt inzwischen eher Dritteres. Man geht halt vielleicht eher darauf, dass man so, 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 ähm, interessante, verschiedenste Persönlichkeiten wie möglich präsentieren will und dass dann am Ende, ja, der Song vielleicht halt nur so 50-50. Ja, also Person und Song. Aber, wie wir es schon mal gesagt haben, ja, du kannst halt zum Beispiel mit einer guten Performance einen, ja, so halb guten Song irgendwie gut machen und dann noch was rausholen. Du kannst aber halt auch aus einem schlechten Song keinen guten Song machen. Und die Choreografie ist sowieso das, woran es bei Deutschland immer scheitert. So, und, ja, da müssen wir uns halt jetzt auch die Frage stellen, wo soll das Ganze hingehen? Also die Aussagen waren dann grundsätzlich klar, also man habe keine Fehler gemacht, ähm, ach, und der Teil der Wahl ist auch, man sieht halt Eskimo Kolber nicht als radiotauglich an. Und es gibt hier ganz klar ein paar Sachen, die hier von, ähm, wie heißt der von ESC Kompakt, der Kollege, äh, Thomas, glaube ich, heißt der Thomas, äh, ja, ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube, er heißt Thomas, Thorsten, Thorsten. Ja, der Kollege von, von ESC Kompakt, der hier den, den Artikel geschrieben hat, Thomas Mohr, genau, ähm, geht hier grundsätzlich davon aus, dass, ähm, es wirklich so eine Art Schwurbeltaktik von ihm war, einfach dieser Sache aus dem Weg zu gehen, ähm, die Fragen hier aus dem Weg zu gehen. Und man, ähm, man geht hier einfach nur davon aus, dass er sich hier einfach versucht hat, rauszureden, so. Und da sind wir halt jetzt wieder bei dem Punkt, den ich letztes Mal schon angesprochen habe. Wisst ihr, ja, nicht jeder ist mit Eskimo Kolber zufrieden. Also laut der Aussage von Gregor Friedl haben sie ja reihenweise Aussagen und Briefe bekommen und Fanposts von Leuten, die sagen, ich will nicht, dass so eine Musik Deutschland beim ESC vertritt. Das mag sein. Aber es waren das mehr wie 110 oder 115.000 Personen oder 125.000 Personen, die eine Petition unterschrieben haben. Dann musst du es doch aufwerten. So, und dann ist auch die Frage, selbst wenn 3 Millionen Leute diese Petition unterschrieben hätten, hätte es gereicht. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, warum machen wir es denn nicht einfach so, wie es in anderen Ländern auch gemacht wird. Beispielsweise, in, ich glaube, ich halte jetzt inzwischen die Deutschen für fähig genug, gute Musik zu erkennen und auch einen Beitrag zu führen, mit dem jeder zufrieden ist. So, selbst wenn dann der eine aus 100 sagt, ey, ist ein Scheißdreck, das höre ich mir nicht an. Ja, dann schau dir auch den ESC nicht an. Das sind dann vielleicht auch die Leute, die jeder sehr einschalten, um sie aufzuregen. Aber, warum machen wir es wirklich nicht so, dass wir einfach, da machen wir einen Vorentscheid mit 15 Leuten. Dann suchen wir das Beste raus. Und dann hast du da vielleicht 15 verschiedene Songs, aber das ist das, mit dem ein Großteil der Leute zufrieden waren. Und, ähm, Leute im Forecasting. So. Und, dann lasst mir Leute halt wählen. Und da ist Eskimo Kolbe dann auch dabei. Und wenn dann 3 Millionen Leute für Eskimo Kolbe anrufen und die mit 80 zu 20 gewinnen, sagen wir mal. So. Oder mit 50 zu 30. Je nachdem, wie viele Teilnehmer dabei sind. Ja, dann kann ich doch grundsätzlich dann sicher sein, dass die, dass, dass die Mehrheit damit zufrieden ist und sich auch damit, damit vereinbaren kann. Ich meine, ich glaube nicht, dass letztes Jahr nach Sanremo alle Italiener für Manneskin waren. Die Italiener haben sich sogar im Nachhinein, im Vorhinein sehr wenig für den ESC interessiert, weil Manneskin hat ja nicht mal so wie bei uns damals hier Standing Ovations bekommen, als Lena gewonnen hat. Ja, also, was, was machen wir daraus? Was, was, wie, wie soll man es machen? Also, ich persönlich finde, es gibt verschiedene Ansätze. Ich finde persönlich den, den, den norwegischen Ansatz ziemlich geil. Da hat man unterschiedlichste Leute mit reingeworfen. Ein paar Leute waren fürs Finale gesetzt. Auch Zeug, was grottig war. Ja, zum Teil. Ja. Aber, ja, es gibt halt Leute, die mögen das. Und dann am Ende wählen die Leute ihren, per, per, per Online-Voting oder per Telefon-Voting ihren Besten. Und die Person wird es dann auch machen. Und wie gesagt, ich hatte das Thema hier zum Beispiel bei Saapulver in Norwegen. Ich bin nicht unbedingt für Saapulver. Ich bin da nicht so ein Riesen-Fan von. Aber es ist ein gutes Gesamtpaket. Und ich kann mich damit absolut anfreunden. Und das ist ein Song, der hört sich auch, glaube ich, nicht tot. Ja. Und ich sage halt immer, zu viele Köpfe verderben den Brei. Und man kann das ja im Vorhinein aussortieren. Aber ich sage es euch, dieselbe Situation mit Eskimo Kolbe hatten wir ja vor Jahren auch schon. Beispiel, Stefan Raab war der Dude da. Beispiel, Gildo Horn. Ich habe im letzten Video gesagt, sowas wäre heute nicht mehr möglich. Ja, weil man würde es im Vorhinein aussortieren. Weil Gildo Horn ist nicht, wäre wahrscheinlich nicht ausgefallen genug. Oder nicht, 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 hat keinen Migrationshintergrund. Oder ich weiß es ja nicht. Ja. Oder er wäre halt einfach nicht radiotauglich genug. So. Und. Wie gesagt. Warum machen wir es denn nicht einfach? Warum machen wir nicht einfach einen Vorentscheid, wo halt dann einfach die Leute, nur entscheiden. Von mir aus lass 25% eine Jury entscheiden. Aber lass halt wirklich die Leute größtenteils entscheiden. Und nicht die Radios. Weil es geht nicht mehr unbedingt darum, was die Radios hören wollen. Und besonders nicht die Radios von ARD und ZDF, weil, oder dieser Radioverbund, weil, ja, ich meine, Bayern 3 oder sowas sind gute Radios. Aber was ist denn mit den Radios für junge Leute? Was ist mit EGOFN? Was ist mit den, was ist mit Radio Bob oder Rock Antenne? Also mit diesen Radios, die auch Rock spielen. Was wollen denn die hören? Was würden denn die favorisieren? Ich weiß nicht, ob die jetzt, wie heißt es, Mail und Jonas in irgendeiner Weise avancieren oder gut finden würden. Ja, man könnte sich damit abfinden, aber ob das jetzt das Geiste wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Und jetzt mal zu meiner Einschätzung zum Vorentscheid. Weil ich habe jetzt genügend rumgehauen, aber ich muss jetzt einmal noch ganz kurz auf den Vorentscheid rumhauen. Auf die, die jetzt drin sind. Ah. So. Wer ist im Vorentscheid? Ich muss die Namen noch kurz raussuchen. Ja. Haben wir bereits aufgeschrieben. Wo sind sie denn? Die Deutschen aus dem Vorentscheid. Jetzt schauen wir mal ganz kurz raus. Und jetzt blicken wir nochmal auf die Leute aus dem Deutschen Vorentscheid. So. Und da haben wir jetzt ein paar interessante Dinge. Denn man muss jetzt hier noch, ich mache die Eurovision Odds auch nochmal auf. Denn es gibt auch Eurovision Odds zu Germany's 12 Points. Also sprich, wer denn für Deutschland fahren soll. Genau. Und die beiden, die ganz vorne sind, sind Malek Harris mit Rockstars und Felicia Lu mit Anxiety. Und gehen wir mal durch. Ganz klar für mich der schlechteste Beitrag ist Nico Soave und Team Liebe. Das ist, man wollte halt noch was Deutsches mit drin haben. Also haben wir die noch mitgeschickt. Dann, was leider, was ganz schlimm ist, ist Alive von Eros Atimus. Bestimmt ist das ein absolut cooler Typ. Und von Team Liebe auch. Aber wie gesagt, es ist, es ist, es ist, das ist wirklich das, was ich als 0815 Pop bezeichnen würde. Dann, ähm, Emily Roberts mit Soap. Ähm, finde ich schade. Denn das ist eine ganz talentiert junge Sängerin, die absolut gute Story machen könnte. Aber man hat sich gesagt, ey, pass auf. Letztes Jahr ging ja hier Oliver Rodrigo mit Good For You ziemlich gut. Ja, mach halt irgendwie sowas. Oder so wirkt es halt einfach. Und das ist auch kein guter Song. Und auch das Video wirkt so 0815. Ich bin in Los Angeles und stehe vor In-N-Out Burger mäßig. Also ganz ehrlich. So. Und dann kommen wir mal zu den, zu den zwei Songs, die ich wirklich gut finde. Das ist Felicia Lu, Anxiety und, und Malik Harris. Und dann haben wir halt noch Mail und Jonas. So. Und jetzt haben wir halt das große Problem. Und das ist jetzt mal, was ich jetzt predikte. Und da kann man mich auch gerne noch festnagen. Ich glaube nicht, dass Felicia Lu und Anxiety gewinnen. Und ich glaube auch nicht, dass Malik Harris gewinnt. Ich gehe davon aus, dass, ähm, dank der Radio und dank der Jury, Mail und Jonas mit Asweto Guard gewinnen werden. Ähm, nicht weil ich das will oder weil ich da jetzt ein Fan von wäre. Aber ich, ich gehe davon aus, dass man aus irgendeinem Grund mit denen gehen wird. Ich gehe davon aus, dass man uns jetzt diesen kleinen Rest auch noch fertig machen wird. Äh, Hoffnung auch noch fertig machen wird. Und selbst wenn Felicia Lu fährt, dann wird die Choreo nicht gut werden. Und dann wird das Ding auch beim ESC nicht abräumen. Und die Abbräumchancen für den Song sind eh nicht gut. Also. Mal zusammengefasst. Ich werde trotzdem den Vorentscheid schauen. Allerdings mit einem sehr gemischten Gefühl. Und das Traurigste daran ist halt einfach, dass wir jetzt da sind und wieder an dem Punkt sind. Wir wissen, es wird nicht gut. Wir wissen, das Beste fährt nicht. Und wir wissen halt einfach, ja. Du kannst beim deutschen Song wieder mal pinkel gehen. So. Ich hatte letztes Jahr, muss ich auch von dir echt zugeben, ein bisschen Hoffnung. Mit dir, Henrik. Weil als Anfang ja das Medienecho nicht ganz so scheiße war. Und es wirklich hieß, hey. Respekt an Deutschland, dass sie mal einen Sparsong hinschicken. Aber je mehr du den Song gehörst, desto schlimmer war er halt. Und, ja. Nichts gegen Jendrik. Der ist wahrscheinlich ein total chilliger Typ und macht seine Mucke. Und ich wünsche ihm da auch den größten Erfolg. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise, ja. Wie gesagt, meine Prediction ist, ich glaube nicht, dass Felicia Lou fährt. Ich glaube es nicht. Es wäre absolut nice, aber ich kann es mir leider nicht vorstellen. Kann sein, dass es jetzt absoluter Pessimismus ist, der aus mir spricht. Aber gut. Ja. Was bleibt? Was bleibt ist die Tatsache. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich letztes Mal ausschneide. Was bleibt? Was bleibt ist, wie gesagt, die Tatsache, dass du als kleiner Musiker sowieso da nichts erreichen kannst. Weil, ähm, es ist ja die Radiotauglichkeit wichtig. Und dass du irgendwie ganz poppig und so aussiehst. Weil man muss sagen, hey. Jedes Bild von den Leuten, die jetzt da hinfahren, da ist keiner dabei, der mal Ecken und Kanten hat. Die sind alle so rund geschliffen, ne. Und jeder geht halt demnächst auf seine Headliner-Tour oder begleitet hier den auf Tour. Und, äh, geht mit, mit, weiß Gott wem auf Tour. Ja. Was ist mit den Leuten, die wirklich keine Möglichkeit haben, auf Tour zu gehen. Die da auch einfach mal hingehen wollen. Die vielleicht einen geilen Song hätten. Und das nächste, was es halt wieder zeigt, ist, und das ist, glaube ich, jetzt wieder so ein philosophisches Thema. Und ich interpretiere da vielleicht viel rein. Aber, hey, was wollen wir, was ist denn noch das Thema in einer, in einer, ähm, Gesellschaft, in der du für was, was du, was wirklich vieler Leute wollen, einstehst. Und es soll jetzt auch keine Kritik hier irgendwie an Deutschland sein oder sowas um Gottes Willen. Aber, hey, was soll denn das für ein Bild auf jüngere Leute werfen oder auf bestimmte Leute werfen, die vielleicht eh schon ein bisschen, ein bisschen verdrossen sind. Und, ja, sie merken, hey, eine Change.org-Petition bringt halt nichts. Weißt du, wenn du, wenn du jetzt, wenn es jetzt, wenn du, wenn es um was Politisches geht, dann kannst du ja immer noch beim Bundestag eine Petition einreichen. Und wenn das 10.000 Leute unterschreiben müssen, die auch noch drüber reden. Aber Change.org ist es halt leider irgendwie nicht an irgendeiner Sache. Ich meine, ich meine, ist da irgendwo eine Verpflichtung für NDR, dass sie sich damit abfinden müssen? Es ist doch wahrscheinlich einfach nur so ein, so ein, so ein Zeichen. So ein, so ein, so ein, so ein symbolisches Zeichen, was du setzt. Und das ist halt traurig. Und, ja. Wie gesagt, das war nochmal mein zweiter kleiner Rant zum, zum ESC. Ich hoffe, ähm, ähm, es hat euch gefallen. Also, ich sehe da wirklich schwarz und ich bin aber auch schon, ich, ich freue mich aber auch übertrieben auf die anderen Vorentscheide. Ich meine, nächste Woche ist Finnland. Ich bin da riesen Fan von, weil ich absolut hoffe, dass The Rasmus mitfährt, weil das wirklich ein geiler Song ist. Äh, ich freue mich auf Saar Pulver. Ich freue mich auf, ich, ich bin gespannt, was Frankreich und England dieses Jahr machen, die ja letztes Jahr wirklich abgelost haben. Ich bin wirklich gespannt. Und dann werden wir sehen, ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja. Freunde, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Und, äh, schauen wir nächstes Mal wieder rein bei Markus Langts. Nächstes Mal geht es um ein Thema, was mich wirklich, dass ich jetzt Elixab machen wollte. Äh, was mich wirklich sehr, ähm, nicht betrifft, aber was mich sehr interessiert. Und zwar um dich. World Wrestling Entertainment. Und dein Shit, den du in Saudi-Arabien abziehst. Wie wir in Wrestling. Ja. Habt noch einen schönen Tag, ich bin raus. Oh, hallo Freunde. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, was im Teufel ist das? Das ist die Endcard. Und, äh, ja. Ich möchte euch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Es würde uns sehr freuen, denn wir freuen uns über jede Unterstützung. Und, ja. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, ja, dann könntest du doch einfach abonnieren. Also, etwa da unten oder hier oben auf den Kanal gehen und uns abonnieren. Und bitte auch die Glocke drücken. Das würde uns sehr freuen. Dann werden die nämlich sofort über jedes Video von uns direkt in Kenntnis gesetzt. So. Und jetzt noch zum üblichen Stuff. Also, ähm, wenn ihr unser letztes Video sehen wollt, schaut hier. Wenn ihr ein zufälliges Video aus unserer Playlist sehen wollt, hier. Dann seht ihr irgendeines von diesen zufälligen Videos aus unserem großen Portfolio, das wir so haben. Ja, genau. Freunde, habt noch einen schönen Zeit und abonnieren. Ich vergesse nicht. Ich lese jetzt so lange weiter, bis alle abonniert haben.